Der Coach sagt, es ist so schön und dann ist das so schön und ich gucke mir die Zahlen an und sie sind schön. Wir sind wieder da nach einem 94 zu 71 von Phoenix Hagen gegen Jena. Und Paul's Office is not highly valid. Coach, thank you for stopping by, Michael May. Und natürlich zu meiner Linkin, würde ich sagen, Coach Chris Harris. Aber wie es sich gehört, mit den Gästen an. Coach May, this is your, what, 10, 15th game now with this squad? Feels, feels much, much more. But what did you learn today about this group of guys heading into the final four games of the season? I think first of all I want to say Happy Easter to everybody. I'm very thankful, so I'm very thankful for what today means to me and God's sacrifice for me. My life has been changed completely by it. So first of all I have to say thank you for God for making that sacrifice. Man, what did I learn today? We need to find five guys who want to play defense. That's what I learned today. We were really, really bad on defense. And you give Hagen a ton of credit. Every mistake we made, they made us pay for it. They have a lot of good guys who can really score the ball. And they put a lot of pressure on our defense. And we just didn't respond very well to them. We were making really simple mistakes. And I think sometimes we just get too, the situation gets too big for us. Sometimes we don't fight as hard as I'd like us to fight. But we just, you know, we didn't find five guys who could really play hard together on the defensive end. And I think everything else will grow from that. Prior to the game, I talked to Coach about how do we prep for a guy like Kedrush. We don't know if he's going to play or not, and so-and-so. But he said we're going to prep, and then we'll see what happens. Whether I throw something in or not. But how did you guys prep for a guy like Christy Murphy, who's been playing 15 games. Had to set up due to a foot injury the last 14 games. And now coming back, 17 minutes, 12 assists. How did he prep for a scenario like this? I mean, I guess not very well. He had 12 assists. And he makes a big difference for them. He just provides some stability and control. And he really does a great job finding teammates, finding guys in places where they can do something. And I thought, you know, the 12 assists, I mean, he had almost as many assists on himself as our whole team. Which, yeah, I should say something. We did not play the offensive floor and the offensive teamwork that we wanted to tonight. But, you know, that's probably why we should have signed Grayson on the side. Well, we have to, you know, bring up our whole opinion about this. Coach, thanks for stopping by. Have a safe trip home. And good luck in Geese and Mountain Windsor. Thank you. Thank you. You guys gotta watch. Push the credits. Good luck in Geese. Good luck in Geese. Good luck in Geese. Aber… ...so we have been talking about the rest of the time. …to be aOSE. You know… …to be aOSE. I think that's the most important point in Geese. …to be aOSE. ...to be aOSE. In Summe von dem Typen, der drei Monate nicht wirklich Wettkampf-Basketball gespielt hat, bist du ein bisschen beeindruckt von dem, was Grayson heute gemacht hat. Das ist klar ein bisschen. Also, was wir heute sehen, ich bin mir ja jemanden auch froh, wie immer, aber sein Comeback hat uns überrascht. Er hat die komplette Saison im Jahr. Aber wir haben nicht mit so einem Kämpferisch so einem Mitspieler gepäcknet, als wie Rotan. Und er sieht besser aus, wenn er auf dem Feld gesehen muss. Also er setzt uns alle in Szene und er gibt uns ganz schön viel. Er gibt uns ganz schön viel. Und deswegen war ich total schockiert. Ich habe ihn unverschätzt. Ich hatte vorhin zehn Minuten und fünf bis sechs zwei Punkte oder so. Nee, halt voll gut getroffen. Und dann war er sich halt auch noch auf den Kopf zu brechen. Das ist ja dann auch das Beste. Aber das ist das Kontrolle. Von der, hey, wir nehmen das so, wie es heute gelaufen ist. Aber tatsächlich, da wir nicht über Einzelne sprechen wollen, und Posch Mech hat eben so ein bisschen gesagt, hey, wir brauchen eigentlich fünf Jungs, die wir verteidigen wollen. Hätte ich das Gefühl, bei uns waren aber immer fünf Jungs auf dem Feld, die denen defensiv den Zahn ziehen wollten. Stichwort, Lohrfach 8-3 in der zweiten Anzahl. Ja, das war schon für uns ein Fokus, nachdem wir in Fulgen kälen, dass wir eben nicht die durch drei Puttspiele wieder im Spiel gelassen. Deswegen, wir haben schon die Ansicht, die drei Kürtel weggebrochen haben, wenn es schwer gemacht, und dann waren wir sie auch noch vor, mit einem großen Mut, so wie sonst fast ein paar, wir haben ein paar Körer, Leid und Körer gegeben. Ich fasse nicht. Ich fasse nicht. Okay, alle nach Hause. Vielen Dank. Tschüss. Ja, von heute bist du vorher, wer kommt oder Martin in der Fuß wird. Aber der sieht auch noch halbwegs gut aus. Wir reden schnell rüber. Letzte Frage, um das noch ein bisschen zu übertönen. Was nehmen wir, und das wäre auch eine gute Frage für John Schmell gewesen, weil ihr beide Thema haben in der Vergangenheit. Was nehmen wir von heute mit Richtung Mittwoch bei den Leisbären? Immerhin direkter Konkurrenz und die Höreranzug. Ja, das ist natürlich ein unfassbar wittiges Spiel. Aber ich muss sagen, Liege ist auch weniger als meine Hose, nachdem ich das Problem von Dorf im Museum gesehen habe. Deswegen ist so ein Spiel einfach wahnsinnig wichtig, dass wir mit Sexbus seit der Quartezeit in Berlin eingeladen können. Also das ist für uns das Allerwichtigste, dass wir diese Energie auf den Spiel nehmen, mit dem Schwung, und dann nach vorne, nach dem Warten, jetzt eingeholt. Dann wollen wir genau was tun, wünschen euch am Mittwoch wieder voll im Primaten, weil dann sehen wir uns in genau einer Woche wieder zum Beispiel die Züge. Das ist mein Papa! Jawohl! Das ist das! Ich habe die Leute gerade gesehen, die sind noch weniger, das heißt, die müssen nächste Woche wiederkommen, wisst ihr? Ja! Ein Traum! Dann sehen wir euch und Familie Harrison letzten Wochen Sonntag wieder, euch noch einen schönen großen Sonntag wieder! Vielen Dank!